Mit Kaminen der Reihe Romotop Design kaufen Sie nicht nur ein Produkt, sondern einen organischen Bestandteil Ihres Zuhauses. Lassen Sie sich von den Kamineinsätzen Romotop verwöhnen. Die Tür des Einsatzes ist aus einem speziellen festen Profil angefertigt, das in Kombination mit einer genau geführten Abdichtung eine perfekte Funktionalität gewährleistet und dies auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Das Herausziehen der Tür erfolgt durch ein innovatives Schiebesystem, das gewährleistet, dass sich die Türe richtig setzt und die Brennkammer über ihre gesamte Lebensdauer hinweg gut abdichtet. Die Brennkammer, die mit Schamottsteinen ausgelegt ist, verbessert das dynamische Brennen und eine ökologische Verbrennung. Das Design der Einsätze gibt es in den Varianten mit oder ohne Rost. Um die Bedienung des Kamineinsatzes zu vereinfachen, wird die Brennluft lediglich durch ein Bedienungselement aus Edelstahl gesteuert. Die mit einem Laser exakt ausgeschnittenen Teile, die robotergleiche Genauigkeit der Schweißung sowie die präzise Montage der einzelnen Teile garantieren dem Kunden die Einzigartigkeit der Produktreihe Design. Alle Kamineinsätze der Reihe Design sind mit einer zentralen Luftzufuhr versehen. Für die primäre Luft, die Brennluft, die in den Kamineinsatz fließt und die sekundäre Luft, die das Türglas reinigt, damit es immer sauber bleibt. Für eine perfekte Abgaszirkulation wird in allen Modellen das patentierte System Double Spin verwendet, dessen Ergebnis die maximale Ökologie und eine reine Verbrennung ist. Die Konvektionsklappen Romotop leiten die überschüssige Wärme im Raum über der Türe ab und erhöhen dadurch die Lebensdauer der Schiebesysteme. Lassen Sie sich von den Kamineinsätzen Romotop verwöhnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.romotop.com oder bei unseren autorisierten Verkäufern.